Wenn Drogen eine menschliche Gestalt annehmen, um dich zu verführen? Suchtgefahr. Besser hat eine Beschreibung noch nie auf ein Buch gepasst. Hi ihr lieben Bookchatters! Hey! Yannick hat heute was Neues von Neil Schusterman für uns und ich freue mich schon riesig. Denn er gilt in den USA ja schon als einer der Top-Jugendbuchautoren und schafft einfach mit seinen Geschichten neue Perspektiven auf eigentlich normale Dinge. Und dadurch entsteht einfach ein unglaublicher Lesesog. Falls ihr euch erinnert, wir hatten letzte Staffel auch schon ein Buch von ihm und zwar Game Changer. Und dieses Mal ist zusätzlich noch sein Sohn Jared Schusterman als Co-Autor dabei. Und Yannick stellt uns heute ihr neues gemeinsames Buch vor. Ich bin schon super gespannt. Ja, also wie ihr schon erwähnt habt, ist mein Buch heute Roxy und das ist geschrieben worden von Neil und Jared Schusterman. Beim Titel Roxy denken viele von euch wahrscheinlich erstmal an einen Menschen, an eine Frau oder an ein Mädchen. In Wirklichkeit handelt es sich bei ihr aber um eine Droge. Und in der Welt der Drogen gibt es eben eine Hierarchie, die ist nach Tödlichkeit geordnet. Zusammen mit Addison, ein ADHS-Medikament, schließt Roxy, die ein Schmerzmittel ist, eine Wette ab. Und zwar wetten beide, dass sie es schneller schaffen, einen Menschen in die VIP-Lounge der Drogen zu bringen. Die VIP-Lounge bedeutet in Drogen, Sprache, Überdosis und damit praktisch den sicheren Tod. In dem Geschwisterpaar, Ivy und Isaac, finden Roxy und Addison ihre perfekten Opfer. Bei Ivy handelt es sich um ein Mädchen mit ADHS, das schon immer ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie war, die Schule irgendwie Probleme hatte, schon eine Vorgeschichte mit Drogen hatte, ihre Medikationen nicht immer regelmäßig nimmt. Und Isaac ist ein Sportler, der sich eine kleine Verletzung zugezogen hat und gerne weiterhin im Fußballverein spielen würde. Und da findet er eben bei sich zu Hause Roxy, beziehungsweise Schmerztabletten. Und immer wenn er diese einnimmt, dann taucht praktisch Roxy auf. Eine fast übernatürlich schöne Gestalt in Form einer Frau, die ihm halt eben Geborgenheit gibt, ihm irgendwie ein wohliges Gefühl gibt. Dieses warme, muckelige Gefühl führt dann eben dazu, dass sie ihn so ein bisschen dazu bringt, immer und immer mehr von sich zu konsumieren. Als er dann eines Tages zum Arzt geht und der dem auch noch mehr von den Tabletten halt eben verschreibt, rutscht er tatsächlich dann irgendwann in die Abhängigkeit. Jetzt ändert sich aber die Situation. Es ist nicht mehr nur so, dass Isaac süchtig nach Roxy ist, sondern Roxy fängt auch an, Gefühle für Isaac zu entwickeln. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ist es ab dem Zeitpunkt nicht vielleicht sogar schon zu spät oder kann man diese tödliche Abhängigkeit noch irgendwie abwenden? Boah, das stelle ich mir total aufregend vor. Diese Drogen als Menschen, also in meinem Kopf existiert da so ein richtig krasses Bild. Gab es für dich irgendwelche coolen, bildhaften Lesemomente? Ich muss ehrlich sagen, dass es sich eigentlich durch das gesamte Buch zieht. Wenn man ganz ehrlich ist, haben ja Menschen untereinander auch dieses Potenzial. Also wenn man mal so richtig verliebt war, dann ist es ja fast wirklich wie eine Droge. Man möchte immer bei der Person sein. Sie führt irgendwie dazu, dass man immer mehr haben möchte. Und es ist ja eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl und man fühlt sich sehr geborgen. Und eben das verkörpert man eben, diese Droge. Ja, und das macht es einfach so nachvollziehbar. Weil ich glaube, ein großes Problem, wenn man über Sucht und Drogen spricht, ist, dass man das, glaube ich, nicht ganz verstehen kann. Warum hörst du nicht einfach auf? Lass es doch sein. Und wenn man irgendwie total mit den eigenen Problemen kämpft und dann jemand in menschlicher Gestalt in der Form auftaucht, dann ist es, glaube ich, leichter, sich das vorzustellen. Okay, Yannick, du hast es schon erwähnt. Jeder Mensch hat ja typische Eigenschaften. Wie werden aber denn jetzt Roxy und Edison als menschliche Drogen dargestellt? Also wenn man zum Beispiel von Edison spricht, da wird ganz, ganz viel über seinen extravaganten Modestil gesprochen. Darüber, dass er zu viel Haarspray in den Haaren hat. Darüber, dass er sich irgendwie immer nicht so richtig wertgeschätzt fühlt. Fast schon narzisstisch. Er sagt, naja, er hat so vielen Menschen, die halt eben ADHS haben, mit zu ihrem Erfolg beigetragen. Und irgendwie kriegt er nie was zurück. Roxy auf der anderen Seite ist fast schon verspielt, total kindlich, ist sich irgendwie ihren Folgen nicht so ganz bewusst dafür, aber ist ihrem Charme umso mehr. Und sie weiß, wie sehr sie Leute verführen kann. Und beide sind natürlich dadurch, dass sie Drogen sind, am Ende auch ziemlich verführerisch und kontrollierend ihren Opfern gegenüber. Und gerade dieses Thema Einnehmen, Suchtabhängigkeit, hat dich das danach noch weiter gefesselt? Es hat mich total beschäftigt, um ehrlich zu sein, weil ich das generell, unabhängig vom Buch, ein total erschreckendes Thema finde, wie schnell das passieren kann. Jetzt frage ich mich so, wie war deine emotionale Situation während dem Lesen? Welche fünf Gefühle würdest du dem Buch denn ungefähr zuschreiben? Verärgert. Ich habe mitgefiebert. Also es hat mich dann doch schon gepackt und irgendwie unter Spannung gesetzt. Hat mich aber auch irgendwie traurig gemacht. Wenn man halt eben das Wort Droge hört und dann irgendwie mitbekommt, wie dieser Arzt zum Beispiel Isaac noch mehr davon verschreibt, da denken wir sich so, Digga, wirklich sei vernünftig, du brauchst es nicht, weißt du? Was mich noch voll interessieren würde, lernen wir auch andere Drogen kennen? Ja, wir lernen andere Drogen kennen. Und die sind tatsächlich auch in dem Buchcover extrem interessant irgendwie dargestellt. Da unten ist zum Beispiel eine Katze. Und vielleicht kann man sich unter der Beschreibung Jedermanns Freund schon mal so ein bisschen vorstellen, wie das sein könnte. Das ist nämlich der Alkohol. Und ja, auf diese ganz interessante Art und Weise werden halt eben die anderen Drogen auch beschrieben in dem Buch. Da muss man aber ja echt aufpassen. Also ich habe es jetzt auch an meiner Reaktion gemerkt. Das Buch macht es aber ja dann irgendwo auch sympathisch. Ja, vor allem den Alkohol als Katze dazu stellen ist natürlich fies. Aber das soll es ja auch sein. Die Droge wirkt ja im ersten Moment auch sympathisch. Das ist ja das total Fiese daran. Du bist jetzt immer sehr differenziert mit deinen Antworten. Aber ich hätte jetzt gerne einmal ganz kurz und knackig drei Wörter, mit denen du das Buch beschreiben würdest. Nervenaufreibend, fesselnd und spannend. Und wem würdest du das Buch empfehlen? Fast schon allen. Es ist an sich so ein unfassbar geniales Konzept, dass ich das eigentlich keinem irgendwie verwenden will. Ich würde mir das fast schon wünschen, irgendwie das noch auf andere Sachen zu übertragen. Also nicht nur auf Drogen, sondern dass man Leute hernimmt oder Charakter oder menschliche Gestalten. Um irgendwie alltägliche Probleme darzustellen. Und Yannick, wenn du ein ganz kurzes Fazit bringen müsstest, wie würde das lauten? Es ist eine sehr, sehr aufreibende Geschichte, die einen sympathisieren lässt mit den Opfern. Und einem auch irgendwie aufzeigt, woran es mangelt. Also würde man den Leuten vielleicht von sich aus irgendwie Liebe geben und Zuneigung und Geborgenheit, dann wäre es vielleicht auch leichter, wieder von den Drogen wegzukommen. Und ich glaube, das ist eine Message, die kann man auf jeden Fall mitnehmen aus dem Buch. Ihr lieben Bookchatters, das war wirklich ein nervenaufreibendes Highlight. Und wenn ihr dieses Buch auch lesen wollt, dann holt es euch doch einfach bei Hugendugel. Entweder online, in der App oder einfach in der Buchhandlung. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten abonniert uns gerne, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Hier könnt ihr ein weiteres Video anschauen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch einschaltet. Tschüss!